Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Heute 10 Uhr 8. Oder auch den Mobilteil kinderleicht abhören. Der Lautsprecher ist ein großer Vorteil, denn dann kann ich jeden mithören lassen. Das Bild ist übersichtlich und hat eine super Grafik. Mit mir kann man bis zu 20 Stunden telefonieren und der Akku lässt mich dann erst in Beizeit von 220 Stunden nie im Stich. Das Beste kommt zum Schluss. Ich verbrauche sehr wenig Strom. Danke an Basic Tutorials, dass ich am MyGigaset-Wettbewerb teilnehmen kann. Tschüss.